Nur mit dem eigenen Körper, da kommt man doch schon relativ weit. Ja, ich kann ja auch eigentlich nicht viel mehr machen. Liegestütze mache ich eigentlich eher auf den rechten Arm. Boah, nee, du kannst viel machen. Du kannst dann, kannst du Beine trainieren, wenn du so da dran sitzt. Du kannst Quats machen. Du kannst echt viel machen. Ja, gut, das stimmt. Was willst du jetzt? Zur Rennbahn oder da vorne? Äh, blau. Ja, das ist schon viel zu spät jetzt. Aber du bist schon rausgesprungen. Äh, sack. Ich versuche ein bisschen was zu machen. Ich will auf jeden Fall, dass man die Knochen nicht mehr an meinem Hals zieht. Bist du denn noch im Gym, oder? Nö, ich zahle ich mal fleißig weiter. Haha, kenn ich. Vor allem bin ich immer noch, immer noch ein Richtsverfahren am Laufen. Ja, weil wegen Corona hatten die ja geschlossen. Da hat voll viele Gerichte entschieden, ja, okay, muss man nicht weiter zahlen. Ah ja, stimmt. Ja, dann habe ich gesagt, ich helde meine Kohle. So. Ich werde zwar eh nicht trainieren gekommen, aber ich werde Geld zurückkaufen. Ja, kann ich bestellen. Aber die meisten weichen halt darauf aus, weil sie halt die Kohle eben nicht haben. Und das ist halt das Ding zweimal irgendwie von 5.000 Leute aus. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, aber... Sollen die sich ja besser versichern, wenn die Kohle nicht haben. Ja, aber... So, ist ja nicht so, dass ich darauf bestanden hätte, dass ich es direkt auszahlen hätte gesagt, ja, okay, aber halbes Jahr musst du warten, wir haben keine Kohle. Wenn ich der Letzte, der Nein gesagt hätte. Das Verfahren dauert jetzt schon über ein Jahr. Bei Nellys für das Studio fand ich das cool. Die hatten auch gesagt, wir würden ungern zahlen, aber wir können dir halt ja mal die Möglichkeit geben, du kannst dir einen Gutschein ausstellen, dass du das dranhängen kannst. Hatten die bei mir auch. Oder die hatten gesagt, du kannst die Mitgliedschaft auch verschenken, jetzt die Monate du extra bezahlt hast. Das finde ich dann praktischer, weil... Kennst du eigentlich immer jemanden, der da trainiert? Wenn du denen dann sagen kannst, okay, dann nimmst du das. Ja, das ist auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, aber das ist bei meinem auch so. Also da geht es eigentlich. Welchem Studio bist du denn? Ich habe auch kein Problem. Ich glaube, Cleverfit heißt das Ding. Ah, okay. Ja, ein Stolberg hat jetzt auch... Ja, ein Stolberg hat jetzt auch ein Cleverfit aufgemacht. Ja, die sind ganz okay. Ja, ein Stolberg, das ist halt komplett neu. Das ist halt... Das ist immer relativ angenehm, denke ich mal. Ja, ich war ja bei Selection, aber... Ja, das war auch ätzend. Also bist du da hingekommen, hast vorhin nichts Ahnung. Willst du da nur in deine scheiß Geräte und dann sind immer so 10 Türken, die da gegenseitig Sätze machen und sich abwechseln. Ja... Wir finden uns das, hau mal rein. Ich bin jetzt... Ich bin nach Hause gefahren, schon Kaffee getrunken, bin nach Hause gefahren. Ja, ich bin jetzt schon... Finde ich schädig. Oh, du bist doch. Klar. Oh, ich fand es doch krass, dass ich da eben welche, die diesen Bus so abgegradet haben... Kannst du nicht einsteigen? Nö, nicht einsteigen. Ey, das ist cool, das ist nicht wirklich. Halt mal ruhig hier. Komm, ein hole ins water. Und easy. Ja, der steckt aus. Tschüss. Hey, boah, voll da rein. Nice. Und jetzt einmal oben durch. Yes! Ja, Golfspiel macht Spaß. Schüsse Nordwesten von mir. Meinst du Südwesten? Ah ne, ich meinte Nordwesten. Toll, die waren schon welche. Ja, die kommen uns zu holen. Was? Was? Ja, was. Warte nehmen. Ja, Alter. Wow! Mein Laser ist schwer. Mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Was ist das? Was ist das? Hey, cool. Oh, komm mal her. Hier ist ein Slashy. Slashy Slashy. Da ist auf jeden Fall noch ne Kiste oben. Der Tange Ich hab noch keine Schrotflinze, das ist ein ziemlich Schwanz. Hier oben ist eine Schrotflinze. Was für eine denn? Oh, ist das eine Schwanzschlinze? Ja, Schwanzschlinze. Ich hab letztens bisher, da hab ich vor allem versprochen, da hab ich Trommelfrotschlinze gesagt. Ja. Ich hab jetzt ja voll oft, dass ich so Buchstaben und so austausche. Ja, ich fände mich meistens zwei Wörter miteinander. Auch nicht so angenehm. Ja, oder... So schnell jetzt und hättest du Rosen-Ravioli, hab ich schon mal gesagt, anstatt Rosen-Ravioli. Zeide-Schnede anstatt Schneide-Zähne. Oder, oder, oder... Ja, oder letztens der Pazarda, da hab ich irgendwas Brittel- und Schutzkille gesagt. Oder Seehemuls aus dem D-Container holen. Seehemuls aus dem D-Container holen. Ja, au. Wow. Du fliegst durch die Netze durch. Das ist cool. Ah. Ist mein Schwanz. Ist mein Schwanz. Ey, ich will nochmal. Yeah. Ich fühl mich wie ein Biest. Spider-Man. Ja, den gab's ja auch mal. Da kommt man sogar so richtig schwingen. Das ist cool. Nein, die hat Power. Ich will eigentlich beim kreativen Modus nochmal ausprobieren, was man so alles machen kann. So. Diesen Taschen-Schiss. Ja, ich hab auch noch... Ich hab schon einen Taschen-Schiss und nicht den zweiten mit. Hahaha. 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 Du hast das so normal gesagt, ne? Hahaha. Jetzt wär das gar nicht. Hahaha. Ja, jetzt ist es offiziell besser als der Graf, halt so. Es sind auf jeden Fall noch Kisten. Oh. Das ist ein Medkit. Nein, irgendwas. Laserschwert. Ah. Ich seh einfach nur überall diese roten Symbole, aber das finde ich jetzt Kisten nicht. Ja, ja. Das verwirrt mich gerade mehr als... Jetzt noch ein großer Schild. Und... Ach. Kleine Schildies. Wuh. Leck mich spielen. Oh. Ach. Yes ! Ha ! Ha 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 ! Hau rein ! Ha 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 ! Heß eh schon mal mit Güter zocken Boah, ja, Mann ! Muss ich noch fragen, wer wollte ja eh noch was machen ? Ich glaub", hier ist ein Gegner, ja ihr hier ist ein Gegner, was macht euch denn? Oh, er ist er ist er ist пох erreichei gelaufen Ok, ich hab jetzt gerade auch Kopfgeld ausgelöst, gut sein dass der es ist. Ja, das war's. Ah, der andere chillt da hinten. Entschuldigung. What, da liegt ja alles. Oh fuck, da kommt ein Bus um die Ecke. Scheiße, ich hab gedacht der Bus würde auch mit ihm auch geschleudert werden, das wäre das so gewesen. Dreck! Ähm, wir brauchen ein Auto. Oh fuck, die kommen uns alle wohin. Da muss man aufpassen. Okay, ich sehe gerade einen Kornfeld, der spaziert hier irgendwie im Feld rum. Ein Kornfeld, so soll es sein. Warte, wo bist du? Du läufst die ganze Zeit weg! Äh, ich hab den Riss benutzt. Ah. Ja. Vor allem sind die jetzt genau dahin gefahren, wo ich hin bin. Okay, ich hab den da hinten im Bus, ist das fast down. Also der da draufsteht. Also wieder auf den Knicks weggelaufen. Ja, es ist aufgestiegen. Ja, ja. Ich hab ihn ein bisschen angeschossen. Ja, ja. Niedergestreckt. By the down, nice. Hier läuft noch irgendwo jemand rum. Also der, der im Kornfeld war. Oder die haben den gekillt, keine Ahnung. Weil der, auf dem ich das Kopfgeld hab, der muss auch noch hier rumspazieren und wo. Was bist du denn? Ich hab ein Schildsprinkler, komm mal her. Sprinkler, ja, ja. Ich hab auch einen. Kann man sich nicht einen absprinkeln. Was sprinkelst du denn so? Wie sind wir schon? Dann lass mal dem Ding mit dem Kopfgeld hinterher. Ja. Wir haben ja nichts zufällig so einen Reparaturbrenner oder so gehabt, ne. Schau. Okay, let's go, let's go, let's go. Was ist das? Oh, okay. Ja, die müssen hier jetzt auf jeden Fall kommen. Ja, der Radius ist jetzt ja relativ klein. Also diese Glühwürmchen und sowas, die sind... Ah, die schießen... Schießt einer auf mich. Er schießt zurück. Ich bin schon fast, Junge. Wo ist der denn? Er hat auf die Nacht gerade. Ich hab falsch markiert oder so. Da war er im Kopf. Lass ihn holen. Die Sache ist, vielleicht flankiert uns das Kopfgeld. Ah, ich sehe einen, der ist unten bei mir. Was ist der? Ein Lichtschwert. Ah! Kann mir ne Schrotze nachflocken damit? Was ist das denn für'n Scheiß? Dreck, ey. Deiner Pisser. Deiner Pisser. Alter. Alter, was fällt ihm ein? Nee, sie muss sicher nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Sein Mate muss noch irgendwo hier rum... Rennen. Ah. Ja. Das ist ein Sniper? Ich nicht. Ich hab schon ein Sniper. Oh, ihr Pawns? Ich bin gerade vom Dach runter gesprungen. Die hat so'n Scheiß-Dings-Dings-Dings-Dings. Laserschwert. Ja, ich wusste nicht, dass wir mit dem Schuss abblocken können. Ja, das steht auf die Füße. Was fällt dir ein? Siehst du springen? Hä? Hinter uns war grad auch ein Schuss. Ja, ja, ja. Ah, die ist da hinten. Ah, die läuft weg. Ah, da. Zwei Leute. Pass auf, die andere sind, ne? Der eine hab ich den Schild weggehauen auf jeden Fall. Niedergestreckt. Die andere kommt. Easy. Okay, das haben wir. Was fehlt nun? Ich schicke mir grad noch Schild. Bei diesen Medikit, wenn er jetzt voraus. Äh, ich hab ein. Ich hab drei Stück. Das reicht. Ich will mal ein Kopfgeld. Dann gucken, wie die Gegner sind. Oh, ne automatische Schrotze. Nehm ich damit. Okay. Ja, das andere Kopfgeld ist immer noch. Und der Radius ist jetzt echt klein. Lass mich Glück haben, ist das ja. Ah, drei Sekunden geht das nur noch. Das war, ich nehm mal ein Auto. Ja, ich muss nachladen. Kannst du ein Auto machen? Kann man das im Auto machen? Ja, Mann. Weil, die muss man jetzt ja easy erwischen. Das ist nur noch 10 Sekunden, aber da wissen wir auf jeden Fall schon mal wo die sind. Warte, erstmal aussteigen. Ah, Schüsse. Ah, das ist erstmal die Kopfgeld gucken. Ja, nur noch neun Leute. Also gucken, wie die erschießen. Bei dem Lootrop da irgendwo. Ah, die haben jetzt auf mich geschossen oder haben die vorbei. Ja. Ja. Da oben sind sie. Ah, da vor dem Lootrop sind direkt welche. Die hat mich nicht gesehen. Oh. Hit? Ja, oh. Die ist fast down. Ein Hit noch. Okay. Niedergestreckt. Da vorne ist einer. Ja. 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 Ich hab genau noch so den Kopf gesehen. Voll in die Fresse. Ich hab's gesehen, wie mir voll in die Fresse geschossen hast. Herrlich. Da hätte man Geld nehmen müssen. Ähm. Hier am Berg ist scheiße. Gelassen weggehen. Ja, das war den Lootrop noch ne. Oh komm. Müsst ja jetzt ja gleich unten sein. Ach, da hängt er schon. Ah, jetzt ist... Mittlerweile sind die Lootrops scheiße, ne? Ja, ich hab's schon. Ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Da chillt mehr. Der andere auch nicht mehr. Oder der eine. Ah, ich seh wieder den Kopf. Ah, der liegt sich leider. Ah, die haben den Hochgrund. Ja, ja. Aber die Zone. Das ist easy. Die Zone ist doch genau bei denen. Nein, nein. Die ist hier vorne. Er ist schon mal auf dem Berg die Zone. Ja, die doch auch. Ja, ja. Das ist schon klar. Wir müssen schon auf die nächste warten. Aber du willst rein, du willst bieten. Äh. Was? I'm down. Boah, der hat Lager. Der hat Lager. Schwert. Was? Der ist wahrscheinlich nicht schwer. Wo ist der Letzter? Ah, ich leide jetzt mal ein bisschen durch. Wir haben manchmal schon wieder einen Win geholt. Hier vorne ist er. Ah, ich muss noch Schild nehmen. Ja. Auf allem, ich hab schon wieder 8 Kills. Das ist ja nicht mehr schlechte Winst, die wir haben. Nein, die machen echt Bock so. Giuseppe. Da hinten ist er. Oh. War das Bot? Das war auf jeden Fall jemand der gestorben ist. Ah, er wird ein Bot gewesen sein. Das ist ein Wildschwein. Mhm. Ah. Mist viel. Ja, ja. Der ist ein Fies. Wo ist er denn? Der Harald. Harry. Komm raus. Mensch. Essen ist angerichtet. Geht gleich ordentlich ein in die Fresse, du. Hahaha. Spielt der Teilträger oder was? Also ich, ich find den nicht. Er steht einfach nur da oben. Ich hab keine Ahnung wo der ist. Ja, für die nächste Zone warten, so. Der muss jetzt hier hinkommen oder verreckt. Irgendwo im Gebüsch sitzen oder so. Ja, ja. Ah, ist den. Im Gebüsch. Hahaha. Der hat einfach da drin gestanden und war am tassen. Hammer Typ ey. Ah, Mensch. Schon zwei epische Siege. Was ist denn los? Das geht doch nicht. 23 Headshots. Seine Gänze. 53